Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen und wir kümmern uns darum, dass deine Website im Netz besser auffindbar ist. Heute in diesem Video erkläre ich dir den Begriff Advertorial oder Sponsor-Post. Beim Advertorial handelt es sich um einen redaktionellen Artikel in einem Online-Magazin, aber es kann auch in einer Offline-Print-Zeitung sein. Wichtig nach deutschem Presserecht und der Suchmaschinen-Guidelines, z.B. Google, ist eine entsprechende Kennzeichnung als Anzeige oder Werbung. Online, also solltest du ein Editorial in einem Online-Magazin buchen, achte bitte darauf, dass die Verlinkung zu deiner Webseite mit dem NoFollow-Attribut versehen ist. Worum es sich bei NoFollow handelt, haben wir in einem anderen Video erklärt. Ich verlinke es unten stehend in unserer Beschreibung. Der Vorteil eines Advertorials liegt auf der Hand. 64% der Nutzer sind einfach genervt von sogenannten Banner-Werbungen, Pop-Ups und dergleichen. Sie haben einfach mehr Vertrauen in einen redaktionellen Artikel und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen wie auch unsere Suchmaschinen-Optimierung Online-Marketing lassen sich damit sehr, sehr gut erklären. Du als Unternehmer hast die Möglichkeit, Inhalte des Advertorials selbst zu beeinflussen und entsprechend zu gestalten. Du kennst es vielleicht auf Insta oder Facebook. Hier gibt es sogenannte Influencer, die ebenfalls entsprechende Sponsor-Posts machen für dich, dein Unternehmen, deine Produkte. Achte hierbei auch auf entsprechende Kennzeichnungen als Anzeige oder Werbung. Wir wünschen dir viel Erfolg.